hallo meine freunde der sacker ist da zu einem kleinen update falls ihr euch jetzt fragt ja freitag 5 5 5 kommt kein video raus laut upload plan müsste heute einer rauskommen ja das liegt daran dass es aktuell komme ich kaum dazu welche hochzuladen oder bin ich heute nicht dazu gekommen also wenn mal an einem upload tag egal welcher tag das ist kein video erscheinen sollte dann müsst ihr euch nicht wundern dann erscheint es immer einen tag später oder damit ist bei facebook oder auch bei twitter gebe ich das dann auf unserer seite bekannt da könnt ihr danach lesen wann upload wann der nächste upload wieder startet das nächste video für den nächsten part apropos jetzt sind die ersten parts von tropico 5 penulti media draußen die ersten sechs parts der siebte kommt am montag raus und da möchte ich euch bitten mir mal zu sagen wie ihr wie ihr dieses projekt findet wie es bei euch ankommt ob ihr mehr von tropico 5 sehen wollt und auch die dlcs die dem die dann nach tropico 5 erscheinen mit dem sandkasten modus da möchte ich gern euer feedback zu haben und das wichtigste zumindest für mich ist lasst mir einen kommentar dazu der qualität der videos das ist mir das wichtigste anliegen das ich habe ladet mir eure kritik hoch ja damit wir damit ich weiß was zu ändern ist ich weiß ja damit ich bescheid weiß was man ändern kann ob die bildqualität passt ob der ton passt ihr habt ja gemerkt dass dieser ton aussetzer dieses übersteuern das konnte ich ja gott sei dank beheben also von daher dürfte das jetzt eigentlich die videos gut ankommen mir fällt auf dass die sehr gut geklickt werden aktuell dass die merkt geklickt werden als was wir als was ich oder mein team an abonnenten haben und die gesamtaufrufe steigen auch schon mächtig an also sind wir derzeit sehr gut da ja lasst mir bitte euer feedback zu tropico 5 da punkt a wollt ihr weiteres sehen und punkt b ja ja auf was wollte ich noch sagen genau jetzt hätte ich jetzt fast vergessen wir haben uns eventuell zwei dinge überlegt zum einen das kann ich ja schon mal bekannt geben ich wollte eigentlich aufspannen aber ist mir jetzt scheißegal nämlich wir planen auch unboxing videos hochzuladen aber ein wissen wir noch nicht da möchte ich eure meinung zu wissen was ihr von dieser idee haltet ob euch das interessiert ja das ist jetzt der stand irgendwas wollte ich noch sagen das weiß ich nicht mehr fällt mir schon wieder ein kommt dann wahrscheinlich im nächsten part fällt es mal bestimmt wieder ein ja genau titanfall 2 hätte ich fast vergessen kommt auch noch raus das kommt dann demnächst raus es kommt part 7 von tropico raus und dann ja jetzt fällt es mir wieder ein was ich wissen wollte und zwar der sandkasten modus von tropico 5 hätte ich fast vergessen dann möchte ich gerne eure meinung wissen wollt ihr den sandkasten modus sehen den endlos modus von tropico 5 für den der tropico 5 nicht kennt das ist ein endlos modus auf einer insel in der mag quasi spielen bis mal abkratzen oder gestürzt werden wollt ihr das sehen ja oder nein schreibt mir das in die kommentare und bleibt uns auf jeden fall treu seht uns weiter zu und wir sehen uns in der nächsten folge definitiv wieder sorry für dieses ja das ist heute nichts erscheint bis bald